Sie lebt den Traum einer ganzen Generation. Sie ist Millionen-Follower-Influencerin. Seitdem ich 19 bin, kann ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Mein Name ist Diana zu Löwen. Als unsere neue Gast-Investorin mischt sie jetzt die Löwenhöhle auf. Also ich probier das aus. Ich kenn zum Beispiel auch Liebeskugeln. Ich hab auch schon öfters Übungen gemacht. Wie fühlt es sich an? Heißes Thema. Was geht ab in der Höhle der Löwen? Montag, 20.15 Uhr. 2. 2. 2. 3.